Hallihallo! Neuerschaltung in der DTL Logik. Hier sieht es so aus und zwar die Neuerschaltung besteht ja aus, wie könnte es anders sein, hier einem Oroglied und hier hinten einem, ja, ich sag mal, Nichtglied oder Inwerterglied. Und wenn ich ja das hier so zusammenfüge, dieses oder und hier ein Inwerter, dann erhalte ich ja hier mein berühmtes Neuerschaltglied. Ja Leute, das ist der Urteil. Der Ausgang des Urteils wird sozusagen hier an der Stelle wieder hier vernetzt mit dem Eingang des Inwerters und zack, habt ihr so ein Neuerschaltglied. Ja, diese Schaltungen eignen sich ideal, wenn man es ganz schnell aufbauen muss, weil so Dioden und so ein bisschen Transisten hat man ja immer irgendwie rumliegen und ja, kann man ganz einfach machen. Wenn euch die Einzelschaltungen, die Funktionsweisen interessiert von so einem Ohr und von nicht, ich schreibe es euch unten für die Extra-Videos, verlinke ich euch in die Beschreibung runter. Dann könnt ihr euch die einzelnen Glieder angucken und dann ist das ziemlich verständlich. Hier geht es nur um die Zusammenfügung dieser beiden Teile und wir erhalten die Neuerschaltung. Ja Leute, das war es auch schon wieder hier zur Neuerschaltung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie immer, euer Alexander in 5 Minuten Elektrotechnik.